Herzlich Willkommen zu Godenburg TV. Heute nach dem 6-0 gegen Düsseldorf West. Bei mir ein Neuzugang Jonas Krämer. Wie ist das Spiel aus deiner Sicht verloren? Eigentlich sehr gut. Die ganze Mannschaft hat gut herangezogen. Die Platzbedingungen waren natürlich nicht so berauschend, aber wie gesagt, mussten beide Mannschaften mit klarkommen. Wir haben das Beste rausgemacht, unsere Chancen genutzt. Wie alt war die Vorbereitung? Die passt auf jeden Fall. Die war in Ordnung. Heute das erste Spiel für einen neuen Verein in dem Stadion. Beschreib das Gefühl mal. Die Fans sind natürlich super. Da kann man nicht drüber meckern. Überragend und macht super Spaß mit den Fans. Schönes Stadion. Ich kenne das ja von früher. Ich wohne ja hier um die Ecke. Es ist eigentlich auch ein Traum gewesen, früher mal hier zu spielen. Jetzt ist es wahr geworden. Gut, dann bedanke ich mich und wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss.